So, gut, also jetzt ist es in der Zeit, auch Paulina ist mit am Start. Und zwar, wir werden, weil es sich so viele von euch gewünscht haben, und zwar Sascha, macht doch jetzt endlich mal das Higher und Lower Spiel mit uns, also mit den Zuschauern und mit Paulina. Und wir werden gemeinsam jetzt einen neuen Rekord rausklatschen. Hast du Bock? Da muss man schätzen. Da muss man schätzen, Higher oder Lower, also wie das Ganze funktioniert. Also es hat geheißen, einfach rein in das Spiel, und dann weiß man schon Bescheid, wie es funktioniert. Okay, ich bin bereit. Was wir jetzt machen, ist ganz easy. Und zwar, ihr macht jetzt mit, Zuschauer, hier an den Chat, ihr macht jetzt auf jeden Fall mit, einfach hier in den Chat schreiben, ob wir hier Higher oder Lower drücken sollen. Es geht darum, Dortenheim Hotspur wird 368.000 Mal im Monat durchschnittlich gesucht, auf Google, glaube ich. Und Tim Berners-Lee, wird der öfter gesucht, also oder nicht so oft als Dortenheim Hotspur. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt gemeinsam mit der Community und wir klatschen einfach mal einen neuen Rekord raus, oder? Okay. Passt, alles klar, was geht's los? Also, die erste Frage, Dortenheim Hotspur, sag mal was. Also schreibt schon mal, jeder Lower. Ja, ja. Lower, Lower, was? Lower? Ja. Ja, okay, machen wir Lower. Nehmen wir mal. Was? Perfekt, danke Freunde. Danke, Freunde. So, Apple Watch, higher, higher, sicher, higher. Eindeutig. So, gut. Skydiving. Äh, ich sag Apple Watch is higher. Schon? Ja, also lower. Aber ich glaube, dass Google nachher extrem viele, die das machen wollen, so. Ach so. Nein, ich glaube Lower. Lower? Ja. Lower. Ich glaube, da überwiegt alle mehr Zeit, oder? Wartet mal. Schreibt mal, jeder noch einen Tipp. Lower, meint ihr. Uh, alles klar. Freunde, einfach lower. Scheiß drauf. Lower, lower, lower. Yes. Eindeutig. Eindeutig, wie so Nestle. Scheiße, higher. Ja. Ich sag higher. Ja, ja, ich ja. Nestle, higher. Higher. Boah, knappe Geschichte. Das ist cool. Also wir haben vier Punkte. Hunger. Hunger. Also ist jetzt das englische Hunger. Ist beides, ja, Deutsch und Englisch. Ist auch irgendwie fies, so dass Nestle vorher kommt und dann das. Das ist echt ein bisschen. Also es ist irgendwie angebracht sogar, weil Nestle hat ja schon oft irgendwie, war schon oft in den Medienwählingen viel Scheiße. Hunger, äh, wird sicher oft gesucht. Ich glaube, schon öfter, oder? Ich glaube, weniger oft. Echt? Was freundet ihr? Was freundet ihr? Äh, hunger. Higher oder lower? Zählt da auch das Hunger, das deutsche Hunger dazu? Weil ich glaube, das googeln viele so. Ich hab Hunger. Äh, schau einfach mal nach. Higher. Hätte ich auch gesagt, ja. Higher, higher. Lower, lower. Ah. Nein, das ist schwierig. Ja, okay. Dann higher, Freunde. Ich glaube, es ist lower. Ihr sagt higher. Ich sogar higher. Ich verdauere euch allen. Scheiße. Na, sind wir jetzt weg? Alter, 74.000, das war ja gar nichts. Da hört man einmal auf den Chat und auf dich. Da hört man einfach auf dich und auf den Chat. Was ist los hier? Was ist los hier, Freunde? Also, ich spiele jetzt mal, weißt du was? Ich spiele jetzt mal allein. Schnelles Spiel. Aber ich mag doch mit dir. Und da spielst du ein schlechtes Spiel, äh, auch allein. Ich mach's nur ganz schnell. Oh ja. Ich mach's mir den nächsten Pack. Keine Ahnung, Scheiße. Ich mach jetzt higher. Gut, läuft. So, keine Ahnung, wo das ist. Das war jetzt aber Glück. Iran, higher. Na, lower. Lower. Gut. So, Iben, Iben. Ich mach's auch nicht besser. Jetzt serve ich allein. Ich mach's auch nicht besser. Jetzt serve ich. So. Ich bin raus, ich bin raus. Oh, was? Okay, bitte helft mir mal. Trigonometrie. Ja. Und Koinzidenz, Zufall. Ja, keine Ahnung. Also, jetzt brauch ich eure Hilfe. Nein, nein, du musst jetzt auch allein. Ja, Schatz. Ähm, äh, lower sag ich. Ich sag higher. Was? Das sind beides. Oh Gott. So, higher sag ich. Ja. Ja. Dann. Wie viele Punkte hab ich gehabt? Wie viele Punkte hab ich gehabt? Bah, Beauty Salon, das ist sicher. Wau, wau, kurz. Mit dem Chat gemeinsam hatten wir vier, vier oder fünf Punkte. Ja, du hast zwei Punkte gehabt. Ich hatte zwei. So, ähm, Beauty Salon ist, glaube ich, schon higher, glaube ich. Scheiße. Aber wieso jede Frage, was? Doch, der ganze Chat schreibt lower. Zwei Punkte. Zwei Punkte. Ich mag nur mal. Ah, okay. Dann waren wir nochmal gemeinsam. Jetzt wir gemeinsam. Shakira. Okay. Lower. Ja, lower. Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung. 590 Mal. Okay, Dr. Trey. Higher. Sicher. Dann, Dr. Martin. So. Weißt du's? Das sind die Schuhe. Achso. Wer ist denn? Nein, es wird schon lower sein wahrscheinlich. Lower. Aber es sind schon bekannte Schuhe. Lower. Ich bin raus. Okay, ich mach nochmal. Ich mach nochmal. Keine Chance. Also. Also, der Heißkobab ist jetzt vier. Was ist denn hier los? Äh. Massenüberwachung, oder was? Keine Ahnung. Higher, higher. Hey. Jetzt tue ich nochmal allein. Ich hätt's nicht mehr auf die. Also. Partys ist aber schwierig. Feminismus oder die Harley Davidson? Feminism, Harley Davidson. Ich sag, higher. Ich hätt' nicht mehr auf die. Ich schau jetzt mal was zu chat. So. Bitte. Okay. Okay. Die Master schreibt higher. Ja. Ja, okay, okay, okay. Danke. Boah. Michael Schumacher. Sagst du es mir? Also der wurde früher extrem oft angesehen, aber ich weiß, wie jetzt ist. Ich mache higher. Na, na. Hey, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Ich sag mal so, wir machen es jetzt nochmal gemeinsam, Freunde. Ja. Richtig gemeinsam und wir schauen jetzt genau, was ihr sagt. So. Paragliding higher, oder? Ich glaube, da sind wir uns einig. Ist dich auch der Chat einig? Gibt's schon länger, gibt's schon länger, das ist sicher. Higher. Passt. So. Perfekt. Gut. Freunde, läuft. Ein Punkt. Andy Murray. Ich sag. Äh, higher. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Higher. Ja, ich glaube schon higher. Ich habe alle higher. Ja, ja, würde ich auch sagen. Okay. Perfekt. Ja, super. Danke, Freunde. Uh. Masse. 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 Also ich glaube lower. Ich glaube ja. Ich glaube lower. Du siehst so einen bestimmten Begriff. Lower, lower, lower. Ja. Aber die meisten sagen lower. Doch, doch. Ja, ja. Fast. Wuhu. Football, da brauche ich nicht fragen. Es ist echt. Boah. 6 Millionen. 6 Millionen. Ja. Dagegen ist alles lower. Ja, obwohl Santiago Bernabeu, glaube ich, springt man es aus, oder? Richtig bekanntes Stadion ist. Ja, gut. Wir haben schon vier Punkte. L'Oreal Paris. Ah, der ist L'Oreal. Uh. Ja, wahrscheinlich. Ja. War es da spannend? Chat, wir brauchen euch. Eher lower, hätte ich auch gesagt. Es ist sehr ausgeglichen. Ausgeglichen. Ausgeglichen, ja. Aber eher higher. Eher higher. Dann machen wir higher. Ja, ich glaube lower. Ja, okay, higher. Ja, dann nicht, dass ich benitriere. Ja, der Chat ist Mehrheit auf higher. Ja, dann machen wir das. Yes. Woohoo. Vielen Dank, Freunde. Gymnastics. Das ist schon mehr, oder? Ja, das ist weniger. Das ist weniger. Ja, gehört der Gym auch dazu? Also Gym, so Gym. Also Gym. Na, nur der Begriff. Genau der Begriff. Lower, schreibt jeder. Okay, dann nehmen wir eher lower, oder? Ich sag, das ist spannend, aber nehmen wir lower. Boah. Ey, wir haben fast den neuen Rekord. Äh, Highscore war vier. Ja, sieben, juhu. Äh. Blut, ey. Das ist nicht, na, das ist, oder? Eher lower, hätte ich gesagt. Das ist nicht so oft. Blut, Mond. Dann nehmen wir das. Check, glaube ich, ich sag eher lower. Ja. 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 Weiter, ich glaube, wir packen die zehn. Child labor. Kinderarbeit oder so. Ja. Muss. Ja, ist higher. Schon? Hm. Bestimmt. Bestimmt, Schatz. Okay. Higher, higher, yeah. Ja, ja. Also, bin ich mir fast sicher, oder? Ja. Boah. Knopf, knapp. Aber so eindeutig also nicht. Fünf Star, fünf Star Hotels. Das ist higher, glaube ich. Eigentlich orke. Das ist ein schlimmer Vergleich. Ja, das ist ein echt schlimmer Vergleich. Nestle mit Hangar und Child labor mit fünf Star Hotels. Aber ich glaube, es ist higher. Die bittere Wahrheit. Ich glaube, es ist higher, Freunde. Erstmal dir, higher, higher, ja, doch. Ja. Scheiße! Na! Scheiße! Einen hätten wir noch braucht. Ja, gut. Neun Punkte, neun Punkte. Einer von euch hat geschrieben, macht das Ganze mal ohne nachzudenken. Das machen wir jetzt. Einfach ohne lange nachzudenken. Okay, einfach schnell tippen. Einfach das letzte Mal noch durchführende. Mastercard higher. So, zwei Sekunden Nachdenkzeit. Aborigines Mastercard. Aborigines Mastercard. Corruption. Äh, higher, ja. Ja. Boah! Oreo higher. Ja, ja. Jeremy lower. Lower, ja. Na! Wer ist das? Keine Ahnung. Wer ist das? Ja, gut. Higher lower game. Heutiger Rekord. Neun Punkte. Nächstes Mal aber Livestream vielleicht gerne wieder. So als kleiner Test. Vielleicht gibt es ja wieder einen neuen Rekord. Bis jetzt ist der neue Rekord bei neun Punkten. Was war ein Rekord? Geben mir mal Bescheid. Beziehungsweise schreibst du mal rein. Wür mich interessieren. Aber Richie ist ein Mastercard. Ja, wieder so ein Vergleich. Wieder so ein Vergleich. Naja. Naja, Freunde. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus. Click it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation. Dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Yeah. 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 Yeah.